N-N-Dimethyl-Tryptamin, kurz DMT, ist ein besonders potentes Halluzinogen und gehört zu der Familie der Tryptamine. Tryptamine sind chemische Verbindungen, die natürlicherweise in Pflanzen und Tieren und auch dem Menschen vorkommen. Bekannte Tryptamin-Derivate im menschlichen Körper sind Melatonin, welches in unserem Gehirn den Tag-Nacht-Rhythmus reguliert, oder Serotonin, welches Stimmung, Appetit und das Lernen beeinflusst. Es gibt nun die Hypothese, dass das menschliche Gehirn auch DMT produzieren kann. Bisher konnte das jedoch nur bei Ratten nachgewiesen werden. Wenn DMT als Freebaseform synthetisiert wird, kann es auf verschiedene Weisen geraucht werden und gelangt dann durch die Bluthirnschranke ins Gehirn. Dort bindet es sich dann an verschiedene Rezeptoren. Verantwortlich für die halluzinogene Wirkung scheint vor allem der Serotoninrezeptor 2A zu sein. Wenn das DMT an diesen Rezeptor andockt, wird eine ungewöhnliche und desorganisierte Kommunikation verschiedener Hirnnetzwerke ausgelöst und kann so zu einer der intensivsten Erfahrungen führen, die wir Menschen überhaupt machen können. Versuchspersonen berichteten, dass sie komplett von der Realität getrennt wurden und in Welten eintauchten, die sich einer Erklärung mit der menschlichen Sprache vollkommen entzogen. Auch wurde berichtet, dass sie während der Erfahrung Entitäten und Wesen begegneten, die humanoide, tierische oder außermenschliche Formen hatten. Oft wurden diese als andere Intelligenz oder als superintelligent wahrgenommen. Ein weiterer typischer Effekt von DMT ist die enorme Intensität visueller Halluzinationen, die besonders von strukturellen und geometrischen Formen geprägt sind. Verschiedenste visionäre Künstler haben diese Effekte in ihren Werken zum Ausdruck gebracht. Zu den weiteren Effekten gehört auch eine veränderte Zeitwahrnehmung, wo sich Minuten wie Stunden anfühlen können. Oder auditive Verzerrungen, wo sich alles Gehörte dumpf oder verschwommen anhören kann. Die Wirkungsdauer von gerauchten DMT beträgt lediglich 10 bis 20 Minuten. Wenn DMT mit der Zugänge eines sogenannten MAO-Hämmers oral eingenommen wird, erhöht sich die Wirkungsdauer auf 4 bis 6 Stunden. Diese Kombination ist als Ayahuasca bekannt und wird nachweislich seit hunderten von Jahren in Südamerika traditionell verwendet. DMT wird generell als nicht süchtig machend und mit einem geringen Gefahrenpotenzial eingestuft. Bei DMT können dennoch die üblichen Verdächtigen der Nebenwirkung von Halluzinogen auftreten. Erhöhte Herzrate, erhöhter Blutdruck, Schwindel, Übelkeit, Panik, Paranoia, Aufregung, Verwirrung. Auch kann eine persönlich oder familiär zugrunde liegende Psychose durch DMT getriggert werden. Verschiedene Studien zeigten, dass wenig bis keine kognitiven, psychiatrischen und physischen Konsequenzen zu erwarten sind, wenn Kontext und Dosierung angemessen waren. Auch wenn DMT überall auf der Welt natürlich vorkommt, ist es in den meisten Ländern verboten und wird als Schedule-One-Drug eingestuft. Wir hoffen, dass dir unser Video zum Thema DMT gefallen hat und würden uns über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn du keine weiteren Videos zu bewusstseinsveränderten Substanzen verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal SET und SETTING.